Geh dir mal vor! Ich hab'n Fuß im Stein! Äh, Steinfuß! Ja! Ich hab' keinen Bock mehr! Ahmet ist vor zwei Jahren aus Marzahn nach Syrien ausgewandert. Doch es lief nicht immer ideal für ihn. Er wollte zurück, doch sein Arbeitgeber entpuppte sich als der reinste Terrorist und wollte ihn nicht gehen lassen. Also irgendwie war das schon hart. Unbezahlte Überstunden, Freitagsarbeit, Lohnstundungen. Also die meinten irgendwie, ich krieg' einen lebenslangen Arbeitsvertrag und ähm, ja, monatliche Kündigung, wär nicht. Jetzt versucht Ahmet, sich eine neue Existenz in Deutschland aufzubauen. Zuerst dachte ich, ich geh' meinen Job als Monopularphysiker zurück. Aber irgendwie, das ist halt auch wieder Knochenjob, Schichtdienst, Wochenendarbeiten und Wissenschaft und Religion. Das passt einfach schwer zusammen. Dann dachte ich halt, okay, dann versuch' ich mal Islam ohne Extremismus. Ahmet analysiert den Markt und findet seine Lücke. Ich hab' den Markt analysiert und meine Lücke gefunden. Freunde sind gekommen, um Ahmets Geschäftsidee zu analysieren. Ich bin ein Freund und bin gekommen, um Ahmets Geschäftsidee zu analysieren. Also, was brauchen wir in Berlin wirklich? Bezahlbaren Wohnraum. Aha, gemütlich, yes. Was noch? Migrantenkinder in Führungsposition. Yes, Migranten. Wow, wow. Eine Kulturpolitik, die diesen Namen verdient. Kultur, yes. Kultur, Baby, wow. Eine neue Shisha-Bar. Die zwei Jahre in Syrien haben ihre Spuren hinterlassen. Ahmet fällt noch immer in alte Verhaltensmuster und es fällt ihm schwer, Kritik anzunehmen. Wenn du, sagen wir mal, in Kreuzberg gemütlich ne Pfeife rauchen willst, wo gehst du da hin? In die Akra-Bar. Ja, okay. Außer der Akra-Bar. Haihai? Okay. Außer der Haihai und der Akra-Bar. Ich mein, wo gehst du da hin? Wo kannst du da noch hingehen? First Launch, Palace Launch, Mirror Launch, Hoka Launch, Hürrem Sultan Launch, Sechraya Launch, Ember, Shisha-Bar Voyage. Party Shisha. Er hat Gott gelästert. Steinigt ihn. Ah! Sag mal, spinnst du? Wird sich Ahmet an die neuen Lebensbedingungen gewöhnen? Was macht ihr denn schon? Ja, ich weiß. Jetzt regen Sie sich mal nicht so auf. Wir haben zwölf gesagt. Jetzt ist schon zwölf vor acht. Aber wissen Sie, was auf dem Regen für die Hölle los war? Ich hab noch nicht meinen Laden. Und wird er es schaffen, die Gepflogenheiten seiner alten Heimat abzulegen? So, dann haben Sie hier jetzt alles gesehen. Die Kaltmitte liegt bei 1800 Euro. Ergreift sie! Sie ist nicht verschleiert! Ja. Ja. Sie ja nun mal leider auch nicht. Es werden noch viele kleine Schritte für Ahmet zu machen sein, bis er seinen großen Schritt von der eigenen Shisha-Lounge wagen kann. Und bis er endlich sagen kann, Goodbye Syria. Ich bin zurück. Fuck. Shit. Das ist alles willig. seitmal ist er, was ist zu sein, bevor er aus holden geht, dazu quirky wo er sich nochremos. Jetzt können wir noch mal weitergehen. Oh, was denn sonst geliebensdown befallen? Oh HOF! Ihr könntest geliebens ich alles wundere? ZEKT Year? Corona kann man sportlich sein. Bah buffet wir ihn kuchen. Vielen Dank.